Mock. Ganz toll. Mehr Weges wegen Solaris oder so geben können. So. Weiter. Ganz weiter. Was ist das? Bist du eine Kiste oder so? Nee, ne? Ihr seid keine Kisten. Auch wenn ihr genau so leicht abzuschießen seid wie Kisten. Ach nee, nicht die Dinger. Die weichen immer so scheiße aus. Ich hab mal wieder mein Schutzchen verloren. Hey, das ist ja was ganz was Neues. Ach so, Munition. Hey, ich denke mir schon. Was will er jetzt? Ich hab Munition aufgesammelt. Ach so. Hm. Sag das doch gleich. Und der Himmel weiß, was er macht? Ist nicht so wichtig. Weißt du, dass sie da ist? Ich will da gar nicht runter. Ich will da nicht runter. Geht's denn hier längs? Was macht diese Scatter jetzt? Ein verborgenen Bereich gefunden. Borgenen Kristall. You have one crystal. Wir sehen. Schild? Gibt's nicht. Hast du nur 39 Schilder, das willst du rein. Und ein Kristall, der mir ja keine Ahnung was bringt. Mein Schutzschild hat sich in Luft aufgelöst. Ist mir noch nie passiert. Schildschild. Schild. Achtung. Wovor denn? Oh. Mann. Scheiß Spiel. Ich soll wieder mal ins Spielstand suchen. 15 Minuten. 16 Minuten. 17 Minuten. 19 Minuten. 20 Minuten. 20 Minuten. 21. 21. 11. Okay. Das hat mich getötet. Halt die Fresse. Oh. Läuft doch. Super. Ganz toll. Wie ist da Position brauche ich nichts mehr. Der kann ich jetzt eh nichts mehr anfangen. Ich habe kein Leben mehr. Ich kann einmal links lang und rechts lang. Links lang fährt mir schon mal gar nicht. Deswegen fliege ich da einmal lang. Ah komm schon. Jetzt stirbt mal. Mann. So. Das links ja scheinbar gar nicht erst weiter geht. Wegenweil. Keine Ahnung. Ohne Licht. Geht erst mal wie ein deutscher rechts lang. Schon klar. Okay. Nein. Muss ich da lang oder ist das nur wieder so ein Geheimrohr? Du musst da lang. Ich habe tolle Raketen. Die schieße ich mal alle ab. Oh Gott gleich zwei. Ich habe keine anderen Raketen mehr. Ich habe noch ein Schild. Warum lügst du mich an? So. Weiter geht's. Könnte sie auch gegenseitig abschießen oder interessiert es die gar nicht, die aufeinander feuern. Wieso ist die Hälfte und Panzer durchsichtig? Das steht da auf dem Arm, stelle ich gerade fest. Ist eben kein Mammutpanzer. Taugt einfach nichts. Selbst ich kann ihn stoppen. Oh. Toll. Kommen jetzt die Fluggeräusche schon wieder her. Der ist rot. Heißt das irgendwas? Ach, die gehen aus und ich draus schieße. Oh, ist zur Hölle. Kommt mir jetzt her. Was wollt ihr schon wieder von mir? Ich zahle noch mal die Steuern. Okay, so funktioniert das irgendwie. Keine Ahnung wie. Einfach ein paar Mal auf den Roden schießen. Ja. Dann kann ich den Turm da sprengen. Ha, ha. Licht da rein? Glaub fast nicht. Mein Gefühl sagt mir, nein, nein, nein. Da willst du nicht rein. Was haben wir denn da rechts im Angebot? Das selbe nur in grün. Und ohne Spawning Gegner. Da will ich da rein. Definitiv da rein. Äh. Okay. Ach, muss ich da jetzt irgendeinen Code eingeben oder was? Nee, oder? Hm. Sehr schön. Also doch in den anderen Raum. Hm. Ich mag nicht. Yeah. Und voll ausweichen, wie ich es eben drauf habe. Voll skillt ausgewichen. So. Mir geht auch bald schon wieder die Munition aus. Hier ist es selbe nur in blau. Ach, ich komme jetzt hier nicht weiter. Ist das dein Ernst? Nee, es ist mein Ugo. Ja. Also noch mal zurück. Was? Ach. Weck mich. Ich hab's ja. So aus hier. Vernichten hier. Ach nö. Tut denn das wirklich Node? Das tut doch nicht Node, oder? Das muss doch nicht sein. Das ist wirklich nicht fein. Ach, Munition. Ist das einmal was Gutes macht das Spiel mit mir. Ach, Flieger schon wieder. Komm her. Komm ich eben her. Tschüss. Okay, dann. Irgendwas. Ich nehm alles mit. Ich bin ja grad nicht so wählerisch. Hä? Oh, mhm. Oh. Was muss ich da jetzt machen? Hans darf, was muss ich da machen? Wo kriege ich den Coe dafür her? Das war der wohl nicht. Soll mir das vielleicht irgendwie eine Hilfe geben? Mein Gott. Diese dünnen Laserträder hält mich auf. Ne, nicht für wirklich, ne? Ne, irgendwie. Super, war das mal irgendwo markiert? Wenn ja, habe ich nicht aufgepasst. Ja. Sehr schön. Ganz wunderprächtig. Toll. Mach mal aus hier. Äh. Ja, ja. Restart. Position. Aktiv Fahrrad. Ja, ja. Munition. Munition. Noch mehr Munition. Mach mal auf hier. So. Noch mehr Munition. 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 Ah, da geht's raus. Irgendwie hier so. Wir sind da draußen. So. Gehen wir mal suchen. Munition. Das lohnt sich ja richtig. Mal nochmal zurückfliegen. Das bringt. Oh. Es lohnt sich definitiv nochmal. Definitiv noch, dass ich nochmal zurück. Ach, leckt mich. Wo war denn das jetzt? Das war irgendwo. Hatte ich nicht noch Raketen eingestellt? Ach, die habe ich ja schon wieder verballert. Ne, ich hätte nochmal laden sollen. Egal, jetzt ist es spät, Karl. So. Ist ja nichts Neues, das ist ja. Ja, jetzt lad halt. Und hier habe ich ein bisschen mehr Platz zum Ausweichen als unten bei den ganzen Säulen. Och, ach ne, das war so ein normaler Flieger. Ich denke mir. Hat ja schon solchen gemacht. Ach, jawohl. Noch ein Turm, warum nicht? Habe ich mal Schild hinterlässtet. Soll denn der haben ist jetzt schon wieder... Ich glaube, es hakt. Ja, es hakt auch. Und ich weiß immer noch nicht warum. Also noch einer. Tschüss. Auf, auf. Noch einer. Es lohnt sich doch gar nicht, das Zeug mitzunehmen. So jetzt. Sterb. Was ist? Spricht Deutsch und nur was von mir wild. Also ich sprich so als die Fresse. So, abwärts. Och, nö. Das Gädter, die weiß was macht. Der ist ja rot. Oder ist der rot? Oder bricht mir das nur ein? Ne, der ist rot. Weil die normalen ja noch nicht scheiße genug sind. Ich will doch eine stärkere Version einbauen. So, auch tot. Weiter. So. Wo war denn diese rote Tafel? Kann ich nicht ausschalten? Nein. Ich kann mal kurz ruckeln. So, wo war denn diese Tafel jetzt? Ähm. Ähm. Bam, bam. Bam, 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 bam. Ich hab keine Ahnung. Hm. Wenn die Tafel jetzt irgendwas weiterhilft, weiß ich auch nicht. Vor allem, weil ich nicht mehr weiß, in welche Richtung ich gut achten muss. Ich würde aber fast mal sagen, so. Äh. Und links und rechts. Also Dreierreihe und links und rechts blinkt. Keine Ahnung, ob mir das was bringt, aber... Munition. So, ich mach noch die Munition mit. Einfach so, weil ich's kann. Spiel steht, jawohl. Und dann fliege ich... Wie fliege ich denn dann hin? Ich fliege da lang. Glaube ich. Jawohl. Perfekt. Oder war da unten? Ich wüsste zu können, warum das manchmal einfach stehen bleibt. Wir werden es wohl nie erfahren. Vor allem, weil es bei der ersten Aufnahme überhaupt nicht war. Ähm. Im Saft war nix mehr, oder? Ja, ja. Drehen wir mich schneller. Okay. Da läuft dir doch irgendwie so komisch Schaum raus. So. Wir müssen nach unten. Und dann nach links und dann da mal drauf schießen. Und dann da rein. Und... Das schon mal mich? Das schon mal mich? Nein. 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 Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist es schon mal nicht. Also noch mal zurück. Ich hasse dieses Spiel. Es ist so scheiße. Und... Und... Komm, geh auf. Komm, lass mich da durch. Mensch. Warum geh die Türen überhaupt nicht mehr dazu. Das nervt doch total. Mal. So, dass er gar nichts ausschießen müsste. So, einmal nicht zur ganzen Ordnung Reaktor mehr. Technisch. Ich nix deutsch spreche nix. Schuh. 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 Oh, nix. Wo kriege ich denn diesen? Ah. So, ich habe keine Ahnung, wo ich diesen Cut-Code herbekomme. Und zwar so überhaupt gar... Schön, dass es heute auch dauernd abstürzt. Das ist auch sehr schön. Moment. So, wo habe ich das jetzt gespeichert? 34 Minuten. 35 Minuten. 35 Minuten. Das gibt es da nicht. Super. Woher soll ich den Cut bitte schon kennen? Das ist wirklich die richtige Schalttafel, wo man sich... Das war für ein Cut-Rot, oder? Das war für ein Cut-Rot, oder? Das war für ein Cut-Rot. Das ist ja auch für ein Cut-Rot. Das ist ja auch für ein Cut-Rot. Das ist ja... so, dann fliegen wir noch mal dahinter vielleicht war das ja auch kotblau nein scheint irgendwie auch nicht bei blau zu funktionieren ich glaube ich brauche eine komplette lösung selbstfreund bewegt ja noch einer nein streuung keinem zu mehr ich weiß wie es weitergeht ganz genau standbild ich kenne mich jetzt super genau aus ich weiß was ich machen muss so ich bin voll im bild wo kommt denn der gegner vor dem her hä ja den habe ich wohl nur eingebildet er ist weg was passiert aber wenn ich da drin bin und es wieder zugeht geil sinnfrei aber geil ist er jetzt vielleicht da nein da habe ich den hier so getriggert ich habe ihn mir wohl doch nur eingebildet so egal ich habe keine ahnung wie ich jetzt weiter geht da noch was dein mutter kann auf die panzerung achten ja das denke ich mir auch öfters eigentlich das spiel spielen egal ich habe keine ahnung was ich da machen muss ich schon mal ins internet irgendwann demnächst nachher und so ich trinke erst mal einen schluck das war's für heute mit versacken ist als versägen du Noob egal Karl wer ihn hey mich interessiert ähm ja lass den Unsinn das war's für heute ich habe keine ahnung wie ich da weiterkomme und ich bin leicht genervt und gut mit dir ist voll langweilig und scheiße hast du vergessen du Sposti aber da schauen wir uns das nächste mal an ich sage auf wiedersehen bis zum nächsten mal auf jeden Fall